Ich renne rein, wenn du das nicht lässt. Warte, wir müssen erstmal... Was hab ich jetzt getan? Oh mein Gott. Danke. Spiel ich dir geblieben? Wie siehst du denn aus? Töt und Dönerverkäufer wärst du oder so? Ich weiß. Ah ja, die Aufnahme läuft. Übrigens, die Aufnahme läuft ja. Okay. Okay. Ah, Dennis, du bist da. Bitte gehen Sie fort und gehen. Okay. So will ich... Okay. 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 This map should be played with Gary's Horror-Game-Mode. Instruction in this... Ging was. Ging was. I'm all in this... Oh, SKS. Jumpsquares. Thanks for playing. Oh, wow. Ist schon vorbei auch, Mann. Ah, sorry. Wow, was ist los hier? Sind das die Sterne? Das Schlampe. Das Schlampe. Ah, okay. Das Schlampe. Oh. I see you. You don't see me? Da liegt Blut auf dem Boden und ich glaube, wir stehen alle ineinander. Aua. Okay. Da ist der Ausgang. Ich bin jetzt wieder oben, ich bin draußen. Ja, wie denn? Ihr ducken, ducken. So ducken. Ja, wie denn? Jetzt kann ich ihm auf den Arsch kommen. Einer muss ich jetzt ducken, der andere... Ja. Ey, seid ihr... Knatter. Wie das aussieht, alle so... Miteinander so. Geht gar nicht. Moment. Soll ich einen töten? Nein, nein, warte, 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 warte. Au, au. Ich bin ja auch wieder rein. Da, Kevin, ist nicht... Oh. Oh mein Gott, bloody Ella. Warte, so, ich bin draußen. Da. Ja. I see you, you don't see me. Das fängt schon mal gut an in so einem Horrorspiel. Ja, weißt du was noch? Ich weiß das noch. Weißt du was noch im Bad, wo du was gesagt hast und dann plötzlich sind wir tot? Sollen wir ohne Taschlampe vielleicht damit? Epsilon. G. E. Eige. Vier. Wir sollen vielleicht Algen essen und uns gesund ernähren. Y. E. G. E. 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 auf ich steh' mir einen Weg Kautis 2641 do not attempt to unlock it ok, die ist schon mal nicht offen dead walls behind the door dead, dead waits behind the door warte mal die sind ja Buchstaben A ich weiß jetzt nicht mit welchen wir anfangen müssen hier mit A so, das fängt doch mit A an, oder? 2, 5, 6 da stehen Zahlen neben den Zellen da oben steht 2, 9, 4, 1 hier steht eine 1 2, 3 warte mal 4 5, 6 2 ist doch E warte dann, Moment no 2 ist doch E, oder nicht? E, ok, dann gebe ich mal ein E so, was kommt jetzt äh, die 6 warte, 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 warte warte, warte warte die 6 ist hier bei wo Kevin ist da da ist ein Zelle mit der 6 ich versteh' nicht wieso hier oben steht der Code ist 2, 0, 4, 1 warte, hier steht doch 1, 2, 3, 4, 6 das sieht komisch aus das ist G so, warte, warte äh, das sieht voll komisch aus G das ist einfach bei gar nichts so, drück mal auf und äh, Dennis 1, 2, 3, 4 stell dich mal bitte dahin das ist ein Wissen Code 2 ja, ich stell mich da jetzt mal hin ist das hier, ist das hier 4? ok, dann so, äh, sag mir jetzt was du eingehen musst A A E äh E E euch ist schon aufgefallen das hier neben mir zwei Zahlen stehen weiter also du hast A, E, U A, E U Y äh Y Y G G G 4 4 4 oder ist das ein H oh, ist das ein H H weiter das war's du musst du ok drüber so, wir haben's wir haben's natürlich ist nämlich nicht offen guck, da oben steht 2, 6, 4, 1 jetzt guck euch hier guck euch hier das hier an das ist eine 3 zum Beispiel und hier steht E der 2 ist eine E 2 ist die E 6 äh 6 müsste G oder H wahrscheinlich wahrscheinlich ist hier die das Y die 4 die 1 ist das A die 2 ist das E die 3 ist das U ja sag mir die Buchstaben auf ich guck's ein mit 2 müssen wir gucken 2 ist das E 2 ist das E 2 ist das E warte mal 6 ja E eingegeben 6 ist H 6 ist H 4 ist Y 4 ist Y 4 ist Y 1 ist A 1 ist A 1 ist A ok so eröffnet er ist das erinnert mich sehr stark an Star Wars ja mich auch gerade dieser Szene wo die eingebaut werden ja das ist genau Etangas ich glaube das ist etwas hungrig äh da müssen wir glaub ich nur rum oh ich hab keine Strom ausgemacht oder ok ich hab ein bisschen drauf gedrückt wenn alles so blitzt die sind voll viele Augen hier rechts das ist wie bei meiner Freundin wie geht das nicht ich glaub ich glaub du kannst einfach Alter oh mein Gott äh ich hab keine Ahnung äh oh nein 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 woop boah ich hab nur 19 Leben Alter ich glaub ich hab kräftig eingeschlagen ah danke hier soll man rein wo soll man rein so ich geh jetzt rein oh lass mich nicht zurück so geil lass mich zurück ich hab Munition ich bin gefangen geht mal nach oh bist du auch gefangen äh ich komm nicht raus so also ich bin frei losgewerter oh Gott alter schädig danke vielen Dank Alter wo seid ihr ich bin wieder drin ich bin auch irgendwo ich bin nicht so nah nebeneinander Kevin wo bin ich 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 höre irgendein Kindergeleiter das ist nicht gut Dennis bist du da drinnen ah hier nicht don't oh hi wo was war das don't step outside day will come hast du das gerade gehört? ich höre das die ganze Zeit ich glaub diesen wo dieser Tür Alter uh Junge ich glaub dahinter ist nichts das ist ein Headcrap ah das ist ein Headcrap das ist ein Headcrap okay alter Kevin macht das extra was ist das? ich mach das nicht extra das können sich dann wieder zurücklaufen mein Gott ja das macht diesen ganzen Horror weg aber das war gar nicht Kevin nur das war so ein Poison Headcrap Nee, nee, das war Kevin. Er hat diese Kiste genommen und dann gegen dich geschleudert. Stand Poison Headcrap? Oh, okay. Was ist hinter dieser Wand? Äh, ja, das... Da geht's nach draußen. Wie soll ich nicht nach draußen? Äh, und, und hier? Wir müssen nach draußen. Wir müssen nach draußen. Eine, eine, einer soll mal... Soll ich nach draußen gehen? Ich bin genau hinter dir, wenn du willst. Schon kommt Slender, ich wette. Ich bin genau hinter dir. Wo sind all diese Frauen, die schreien können? Ich sehe hier keine einzige Frau. Da hinten ist irgendwas. Da, an den Bäumen. Da, 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 da. Da, da liegt was. Oh mein Gott. Hier sind Headcrabs, glaub ich. Oh mein Gott. Äh... Da, oh Gott. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö aber gibt es hier noch eine pistole ne anscheinend nicht haha ich hab die erst entgegen was ist hier auf dem berg warte denn es nicht alleine ach komm ich bin ja nicht ich bin ja nicht da da kommen wir her oder ach ja wir lachen uns hier aus das ist nicht nett ich mag es nicht ausgelacht zu werden ist ein großer baum und wo sollen wir jetzt lang dass uns mal das grab weiter angucken ja vielleicht muss man das aufschlagen genau das sind so drei leute in so in so einem geistergebiet erstmal alles anhauen hey ich hab so einen schlüssel auch gesammelt ne oh dann sag das doch mal komm mal zu mir ich sag dir bestimmt ganz so am ende wenn wir nicht mehr weiter würden ich glaube ich hatte ja mal so ein schlüssel ja das macht die tue auch ja kein ganzer vorgehen ne ja dann bestimmt ich hab die tue ich hab ein tue die tue die tue die tue so weiter das war auch die geringer ich hab das gleich mitbegleucht woanders hingeguckt das sieht aus wie Putin als kennt die sind hier nicht bei Harry Potter hat da einer von euch gelacht oder war das ich hab das nicht genug mach das nicht wieder an ich hab das nicht aber okay ich hab die tue okay oh der Typ sieht ziemlich tot aus oh oh ich hab den Shotgun geil ich nicht irgendwo sollte ich den jedenfalls haben ach du scheiße Tür zu Tür zu Tür zu Tür zu oh mein Gott Alter ich hab eine Shotgun aufgesammelt ich hab eine Stunz oh mein Gott ey äh wie rüste ich die Shotgun aus wo äh Mausrat ich hab da ja dann hast du nur Muni ausgesammelt vielleicht äh da sind ganz viele Viecher ja da in diesem Raum ich weiß ich hab sie gespawnt Dennis geh mal weg da jetzt hab ich alle Waffen und ich hab durch Shotgun Muni das ist doch ungefähr ah ich hab nur noch ein Leben ich hasse diese wenn die dich einmal anspringen lass nur noch ein Leben ich bin tot alter hab ich gar nicht mitbekommen ich kann nichts machen ich steck fest Wester ich bin da hallo nein ich bin eigentlich nicht da aber ich bin gleich da hallo weiter weiter wenn ihr euch anspringen dann habt ihr nur noch ein Leben ne du machst erst mal zu haha ich bin ja grad so fett am Kämpfen ne Marvel Prison äh number one place where you are ich dachte ich hab die geile Shotgun aber nein das Spiel sagt so ne heutzumal kein Bock ich hab dich wo schon gestorben bin bestimmt schon so zweimal ich glaub ich hab alle gekillt da lebt noch eine da lebt noch eine da lebt noch eine so alle sind tot no smoking ha das ist meine Paffen was genau ach so du bist wer schreit mir alter ich hab mich da vorher vor der Cabin erschreckt ich steig dir da so Dennis guck mich mal an was scheiß wie du aussiehst wie seh ich denn aus alter bäbsters du bist jetzt los ok ok hey Kevin das meine rauchen pfff 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 oh ne nicht schon wieder pfff es ist wieder rätsel time pfff 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 oh my god alter pf 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 hier ist sie 1 was ist das was ist achso das ist m watching m m wir müssen weiter gucken 7 1 haben wir schon mal 0 3 7 1 0 3 1 1 0 3 äh 7 1 0 3 warte mal versucht mit 7 4 7 7 1 ist das 7 1 7 1 versuch mal vielleicht 0 3 7 1 0 3 7 7 3 3 ich will ja nicht rein das sind da ich hier drin die Sitz was wir nicht viel zahlen wobei Sonne 1 Strich 0 3 Strich ich geh da mal rein ich hab grad ein bisschen weg aber egal 7 1 0 oh ich bin übrigens gerade vergaßt weil ich nur so anmerkend ja viel spaß ja ja ich kann ja nicht ah hier ist ein checkpoint geil ich kann da nicht rein ne du bist vergast jetzt seid ihr da achso von hier kam wir was ist das denn jetzt war das 7 1 Strich ich hab nicht zu spüren wie sollen wir das jetzt machen erstmal vielleicht brauchen wir mehr zahlen 7 2 1 0 3 ey du tipp mich mal bitte hier hinten hm warum ja einfach so weil das ist ja gut oh damit faltet ha 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 alter ey oh jetzt bist du auch wieder maximal pigmentiert ist vielleicht hinter einem der Fässer die Antwort und was machen wir jetzt ich glaube wir müssen durch dieses Loch da gucken aber ich hab Angst das ey mein ich kann nix machen das ist nicht das ist nicht das da Leute guck mal ich glaub wir müssen da durchgucken wo steht denn da äh ich guck da durch äh im watching hinter dir steht im watching im watching im watching ist das vielleicht ein Zeichen da ist auf jeden Fall irgendwas explodiert hier sind wieder Fässer da jemand lädt die Nachricht bekommen ich hab eine Nachricht bekommen halt hier halt hier das ist ja von da kam wir das das ist das 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 wir da durchgucken oder bauen wir da schon mal da steht 0 3 und da steht 3 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 Alter Kevin du bist so blöd weißt du anspruch zurück immer auf damit Alter kannst du damit aufhören ok ok Alter wie krass das hier am laggen ist kein Wunder dass das nicht funktioniert ja und Kevin der ist so blöd Alter der macht auch noch Gravity Gun und so äh hier ist übrigens noch eine Tür gewesen das ist so wie es da möglich ist ok ja komm mal zu mir ich hab die Tür gefunden Moment Alter wieso schlägst du mich was ist denn mit dem Problem wo bist du wo 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 bist du dennis ja äh 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 hier da bist du ok irgendwas war da ich Alter der ist russprung bisschen Leben aufgesammelt hat brauche ich nicht hier ist Munition für SMG die ich jetzt aufgesammelt habe tut mir leid äh fällt dir boah ach deswegen ist sie erleben ups alter ich hab hier geschrocken ey ich hab mir auch umgebracht ich wollte einmal nur diese scheiß Kiste kaputt machen plötzlich ich komme sehr hässlich hier da ist wieder so ein Glibber Teil mit einem Stern und eine Waffe Schöne äh Schöne 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 Mg das habe ich aber keine SMG mehr Alter war grad gewesen ein Jumpscare Alter ich hab ne Waffe jetzt immerhin ich nicht und ich hab Legs ich hab ne Waffe und Legs ja Legs Bitches can come to me warum lag das denn so liegt das an Cap ja bestimmt Alter wo ist das Alter Töde es durch die Legs ne das will ich scheißen ach so jetzt haben wir noch ein Zwischenteil gefunden Alter 712503 ah ok ah 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 wow du die scheiße in die Linke das ist der wahre Horror des Spiels Legs 712 5 5 3 3 3 Gärchener Jumpscare Time oh Gott ah das Headcrap der springt mit mir gleichzeitig und bei mir klingelt es gerade aber da gehe ich jetzt nicht ran das ja bestimmt bestimmt kommen gleich wieder und wir haben keine Waffen nur diese Teile die siehst du denn nicht und das sieht ja sehr gefährlich aus ich geh mal außen rum ja ja das ist eine Bank ich glaube hier kann man essen hat jemand Hunger ich hab Hunger Kaffee Baltic Baltic oder genau hier macht uns schon wieder jemand ich halte einfach hier durch hat jemand Geld ich möchte ihm was zu kaufen Boah Boah was für Geld hier hier ist eine Tür die hab ich aufgemacht da hast du eine Tür die da ach da oh ich hab ein bisschen Angst du hast die Waffe gerein da ist eine Leiche Beware of the cursed hallways 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 läuft das bei euch flüssig na das ist schon wieder so ein verkacktes Pentagramm wenn ich da reinlaufe erschrecke ich mich wieder oh man und da ist wieder Menschenkacke komm na äh ich möchte mich nicht wieder erschrecken okay warte das ist völlig glücklich dieses Teil diese Textur ist völlig glücklich okay äh wenn man draufschlägt ist es auch noch grün echt da ist Leben das ist kein gutes Zeichen warte Sache ich hab gerade ihm auch Leben aufgenommen das hier wird wahrscheinlich gleich wieder gekämpft ja Alter diese diese Lags ne ja das riecht richtig auf das das macht mir Angst ich ruckel so richtig krass Alter hab ich mich grad verschreckt dabei hab ich nur gelöst fertig Connection lost tja tja ja auch wenn die Connection gelöst ist dann beende ich die Aufnahme oh Gott oh Gott 27 Sekunden 26 tüm tüm auch tüm Problem okay okay die 16 Sekunden vielleicht geht es weiter über den Monster die uns angreift hat übrigens ins Gesicht geschossen und da es geneckt hat ist die Patrone nicht rausgeflogen 5 4 3 3 2 1 2 2 2 das tut mir leid nochmal Connection Nein ähm wie soll man denn so spielen ich weiß es ging ganz geht ganz ja ich beende mal die Aufnahme tschüss 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 tschüss